Hohen Flachstagen, aber die Technik. Ja, das ist unglaublich. Das ist die SPD. Höre ich auf die Füße. Die momentanen Gegenschen, aber jetzt ist es bei der Gärten. Einmal auf die Taktik kommen, die Fekkerlein hat zurücker. Ich habe wirklich kein Ball. Ich habe wirklich kein Ball. Ein Applaus für die Nationale, Indian Panter, SPD und die Bäckerei Gartenbrücker. Die FDP ist ein Applaus für die Böckerei Gartenbrücker. Und den Applaus für die FDP-Panter. 2.000 Wochen gewinnt die FDP, direkt gefolgt von der Bäckerei Gartenbrücker.